Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dabei lag ein Brief, in dem er sich dafür entschuldigt, dass er nichts Poetisches auf die Reihe kriegt Ist das nicht süß? Ja, das ist süß Haltest du nicht eigentlich einen echten Romantiker und keinen gescheiterten? Ihr kapiert gar nichts Doch, dass immer noch zwei im Rennen sind Ja, und die Nummer 1 hat heute das hier für dich abgegeben, der Konstantin Oh, eine Urkunde Für den Stern, Judith Konstantin hat ihn mir geschenkt Wie süß ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall süßer als eine ganze Kiste fast fertig beschriebene Gedichte, oder? Oder vielleicht doch nicht? Ich habe keinen Schimmer Ich habe keine Schmerzen Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020